So, ein kleiner Hinweis bevor ihr diese Map hier anschaut, die ich gleich spielen werde, es ist höchst empfehlenswert diese Map vorher zu spielen, das ist eine gute Map, ähm, spielt sie vorher und falls sie nicht mehr weiterkommt, ähm, schaut in mein Video, ich habe ja die Map irgendwie komplett geschafft, dann könnt ihr da euch Hilfe suchen, ich werde in irgendeinem Re-Video rede ich nicht sehr viel, weil ich größtenteils nachdenke, es ist eine Anspielung an dieses Flash-Game, das ist der Only-Level. Wer das nicht kennt, sollte das eventuell sogar noch vorher spielen, nur kurz gesagt, viel Spaß bei dem Video. So, da sind wir wieder bei Let's Adventure You, Minecraft und heute spielen wir die Map von IMI30, die Map hieß, glaube ich, das ist der Only-Level-Anspielung an ein kleines Flash-Game, wer es nicht kennt, kann man kurz googeln und es selber spielen, ist ganz lustig, ist man so ein Elefant, muss das selbe Level auf 30 unterschiedliche Wege lösen, mit so einem kleinen Hinweis immer links unten, der Gabber tut jetzt nicht zur Sache. Und viel Zaun, die steht schon mal auch noch dabei, deswegen kriegen wir das Level, weil ich interessiert bin, wie das Level letztendlich aussehen wird. Ein Ende der Truhe. Und dazu geschrieben hat er noch, das lese ich jetzt mal auch vor, die Map wurde noch vor dem Kommando-Block seit Alter errichtet, sämtliche Aktionen bewirken irgendetwas, ruhig auf die Probe stellen, Druckplassen einmalig betätigen, lösen Musik aus, Außenbesichtigung lohnt sich, Brightness bright, Sound 100%, Musik null, peaceful, hab Spaß. Und allgemeine Hinweise, mach ich mal den Sound auf 55, nicht auf 100 unbedingt, ist ein bisschen zu laut, sonst, Touchscreen-Mode, nein, peaceful, so, back to game. Allgemeine Hinweise, Druckplatten auf Betten lösen Musik aus, in jedem Raum existiert eine Kiste mit Hinweisen, Soundlehrstärke bitte auf 100% stellen. Musik, Rande 1899, mach ich mal 100%, wenn jetzt was so laut ist als ich, dann gib dem Map-Ersteller die Schuld. Ein herzliches Willkommen auf meiner, äh, ein herzliches Willkommen, auf das dich mal diese Map unterhalten wird. Die Standards müssen gewahrt werden, deswegen keine Blöcke abbauen, mit mechanischen Bestandteilen darf interagiert werden, Truheninhalte dürfen geplündert werden, Spielmodifikationen sind nur in ausweglosen Situationen gestattet, Spiele auch friedlich, im friedlichen Modus, vergiss Zauni nicht. Zauni? Ich sehe keinen Zauni, ich höre nur Kisten, die lauter sind als ich. Oh, da ist Zauni, heißt der auch Zauni? Es gibt Ambosser im Spiel. Hi Zauni, hi. Ähm, trau dich drücken, drück schon. Hat sich, hat sich da drüben in der Ecke gerade was bewegt? Ja, Tatsache. Okay, ich möchte mich aber erst mal umgucken. Üch. Ein Buch. Presset. Hab ich doch schon. Okay. Okay, dieses Haus macht mir Angst. Hi. Verschlossener Durchgang. Tugbox. Hey, da ist eine Kiste. Ich will dieses verkackte Buch nicht mehr haben, damit ich es berechtigt machen kann. Oh, eine leere Kiste. Okay. Au. Au. Ah, es ist auch aufgebaut, wie das ist der Only Level. Das ist dasselbe Licht Level. Ähm, bloß ich muss die Schalter drücken. Okay, das ist immer wieder derselbe Raum. Ach, das ist ja toll. Ob man das noch als Adventure Map sehen könnte, weiß ich jetzt nicht, aber es macht mir ja Spaß. Das ist auch Licht. Okay. Nöp. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Unglaublich, dass du das tatsächlich liest. Vielleicht klappt das beim nächsten Mal. Moment, hä? Nein. Da ist der Boden aufgegangen. Das habe ich gesehen. Vielleicht jetzt nochmal drücken und warten. Nochmal. Und wupp. Wenn ich jetzt irgendwas nicht gedrückt habe und irgendwas Tolles verpasst habe, ihr könnt hier mir gerne runterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Wollte ich nochmal merken, ich packe mal die ganzen Bücher wieder weg. So. Nein, der Fernseher ist kaputt. Kann ich auf den Fernseher hochklettern? Jein, ich müsste von hier bis auf den Holzblock da hinten springen. Oh, okay. Cool. Ich bin der Fernseher. Okay, aber hier komme ich nicht weiter. Place it. Was soll ich denn da platzieren? Keine Ahnung. Jetzt auch nicht, was soll ich tun. Weiß ich nicht. Nicht. Was soll ich denn da drin? Das tut mal drin. Was ist das? Es schriegt man sich ja fast. Da liegt Fisch. Okay. Ich weiß nicht. Da ist auch nichts. Nein, Dynasty. Ich wollte dich nicht platzieren, tut mir leid. Verzeih mir. Explosiv. Rauschen. Laten Sie hier. Jetzt kommt sie hier. Gute. Das war der mit den Blitzen, ne? Wait, hold. Keine Blitze mehr. Ich kann das mal aufhören. Okay, es geht weiter. Ich brauch ein TNT. Das ist mir schon mal bewusst. Wo krieg ich ein TNT her? Da oben liegt ein TNT drin. Wahrscheinlich, wenn die Musik aufhört, wird das explodieren. Ich hoffe es einfach mal. Gut, dass ich es vorher gefunden habe. Wäre ein bisschen schlecht, wenn ich es danach erst platziert hätte. Aber das Lied ist cool. Verkackt nochmal. Das hat nicht das... Dann die Linke. Nein. Nein. Welcher Knopf zündet das TNT? Ah, du da. Okay. Flucht. Ich hab' einen Knopf bekommen. Dadurch. Das Level mächtig einheizen. Was ist da unten? Nichts soweit ich sehe. Das ist noch irgendwo ein Pisten. Da genauso. Wow. Toller Geräusch, Cholesse. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder ein bisschen leiser und nicht eine Milliarde Geräusche. Ich weiß, die Musik ist toll und so, aber ich kann mich damit bei nicht konzentrieren. Ein Grund, warum es bei mir in den Videos nie Hintergrundmusik gibt. Weil ich eines dieser Lebewesen bin, die einfach mit Musik nicht so viel anzufangen weiß wie andere Menschen, wenn sie im Hintergrund läuft. Aber das Lied hier spielen wir trotzdem auch ab als schönes. Vielleicht soll ich das auch anders machen. Und hier auch noch. So. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Hi Wasser. Ah, guck mal. Hat sich schon mal richtig angehört. Bup. Kuchen. Kuchen. Überall Kuchen. Wie soll ich es sehen? Der Kacke ist nicht allein! Bücherregal Ok Wer soll ich denn an den Button da unten ran kommen? Da ist ein Kuchenweg Steppkuchen Schätzmal da ist der Button irgendwo Oder Tü 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 Ähh Ah? Nicht Chat Zoom Gseh da Nic Ich kann mir gleich nen Kuchen selber backen Wenn ich weiter alle Knöpfe drück Gib mir die Zutaten Spiel Ich will ein schönes Kuchen Ähm Ja Bücherregal Das ist schön und gut Aber ich Komm da nirgends ran Ich schätze mal da ein Loch da unten soll's sein Aber ich komm da nicht hin Ich hab's grade probiert die ganze Zeit Wahrscheinlich geht's irgendwie Aber ich seh's nicht I am too blind for this Da ist noch nen Bücherregal Da ist noch nen All Wie packt man denn in Minecraft nen Kuchen? Ich glaub da braucht man mehr Weizen ne? Wie Milch Wie Milch Zucker Mehl Eier Ähm Ich glaub das tut jetzt grade nichts zur Sache Das Kuchenrezept Äh Da ich obviously nicht weiterkomme Und hier in diesem Loch einfach was vermute Werd ich jetzt einfach kurz mal schummeln Wie ihr mich kennt Ich bin da nicht herangekommen Aber gut Danke So Und spielen wir nochmal weiter Mit unserem Kuchen Und Sauni Hi Sauni Ähm Oh Gott Es will Machen wir's doch gleich noch schlimmer Warte Moment So Boah Beliebiges Item Zucker Ähm Ich glaub noch nicht dass das da hinfallen sollte Ich glaube auch nicht dass das da hinfallen sollte Jetzt hat's getroffen Dennoch möchte ich kurz nochmal Video Settings Quality Ach Nein Validie Auf Danke Denne Was Verlкая Auf Ab uh da geht es weiter runter das labyrinth ja es ist ein bisschen verwirrend da oben lieb grad glaub ich Team Fortress 2 Musik ja war ich aber zu schnell für so den brauchen wir nicht mit den Hinweis ja ok das geht schon nur rum da danke danke für das Gift die Map sie will mich umbringen Zauni was machst du Zauni stop stay in my inventory jetzt hab ich mir den Hinweis zugebaut jetzt alles vollgekrießt wurde super das ist da oben ein Knopf nein ok schade 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 ah wir können das nächste Lied anmachen die Ruine ähm was könnte denn den Raum lösen hat vollkommen überfordert Hm. Wäre dieser Blockies nicht da, den ich aus Versehen zerstört habe? Rückwand. Die Flucht. Ich bleibe einfach leise, während der Map übrigens für mich es noch nicht aufgefallen ist. Wegen der... Die Flucht. Ich bleibe einfach leise, während der Map übrigens für mich es noch nicht aufgefallen ist, wegen der Musik und Apotheke so ein bisschen ein paar Gedanken sag ich zwischendrin. Ups. Ich habe gerade den Fernseher angezündet, weil ich ein Feuerzeug bekommen habe. Ich schätze das ist die Lösung. Nicht, dass ihr mich jetzt für einen manischen Pyromanten haltet, der auf einmal alles anzündet. Ich hoffe hier gibt es einen Ausweg auf den Weg. Das wäre ein bisschen doof. Wieso kriege ich eigentlich einen Schaden? Ach so, ich habe Fire Resistance Potion bekommen. Soll ich da runterhüpfen? Na ja, guck mal. Die Flucht. Die Flucht. Sie gelingt. Nachricht. Du hast es also bis hierher geschehen geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hier endet jedenfalls die Map. Vielleicht folgt noch ein zweiter Teil. Bis dahin verabschiede ich mich an bei auch einen Abstellplatz für deinen treuen... Aborgi? Aborigen? Vielleicht verlese ich mich gerade, aber... Kumpanenherz! Tony! Regiere die Welt! Ausgang. Höre dich ruhig noch einmal die Stücke an. Game Mode Creative. Man kann auch... Man kann auch einfach Game Mode 1 schreiben. Das würde ich extra creative tippen. Ja, das war die ganze Musik um die Map herum. Ach du Kacke. Das... Das nenne ich mal eine aufwändige Map. Es ist keine Adventure Map. Ich würde es dennoch vom Spielspaß her als Z-Map tütteln. Und sogar vielleicht empfehlen, dass ihr die Map... ...und sogar vielleicht empfehlen, dass ihr die Map... ...spielt bevor ihr das anschaut... ...und dann nur... ...rein guckt, wenn ihr eine Lösung braucht. Eventuell... Auf jeden Fall würde ich mich auf den zweiten Teil davon freuen. Und ich würde sagen... ...diese Map hat ein Set verdient. Eindeutig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal... ...auch wenn es kein Adventure Map war. Ja. Vom Spielfach sehr einfach. Super tolle Map. Äh... Sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... ...es letzte Adventure U Minecraft. Bis dann... ... euer... ...Zombie. Wui.